Was geht ab? Willkommen zum 13. 5 Minuten Workout. Es geht mal wieder an die Beinmuskulatur. Die erste Übung sind Ausfallschritte mit dem linken Bein vorne, das heißt du lässt das rechte Knie bis kurz vor dem Boden ab und drückst dich nach vorne und ziehst das rechte Knie so hoch wie möglich. Die zweite Übung ist dieselbe Übung genau umgekehrt, diesmal ist das rechte Bein vorne und das linke wird abgelassen bzw. du ziehst das Knie so hoch wie möglich. Bei der dritten Übung, den Counter-Movement-Jumps, holst du Schwung und springst dann mit beiden Beinen so hoch wie möglich ab. Wichtig ist, dass deine Beine bei der Landung gerade sind. Wie immer machen wir drei Sätze, die ersten beiden jeweils 30 Sekunden pro Übung und dann einmal 40 Sekunden pro Übung. Wie auch so hoch wie möglich. Vielen Dank. 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 Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Be the best you can be.